Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Vectic. Heute zocken wir Gun Game auf der Custom Zombie Map Illuminati Island und mit dabei fügt die Sound der Nico. Guten Tag, Jungs. Hallo? Hallo Nico, hallo Kevin. Na hallo, ich starte einfach mal, du wirst ja eh noch viel auswählen, Gun Game. Warum sagst du hallo Nico und hallo Kevin? Lass mich hier rum, Nico. The Raygun is a powerful weapon to lose against zombies. Wenn, dann würde ich Nico mit C heißen, Alter. Warum lädt das so lange? Was ist hier los? Weil, wie die R-Wort ist. R-Wort? R-Wort. So, Jungs, warum zocken wir eigentlich, wenn wir wissen, dass ich eh gewinne? Ah, weil du mal gewinnen sollst auf der Map, weil sonst hast du ja immer verloren auf der Map. Ey, der hat auf jeder Map eigentlich verloren. Eigentlich schon, ja. Außer er hat seine Hacks halt angemacht, ne? Ja, ja. Ah, du haustest dir wieder. Ah, wollen wir eher, wir können gerne Hostwechsel machen, wollen wir Hostwechsel machen? Wollen wir Hostwechsel machen? Nee, du findest sowieso, ne? Hey, 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 du hier, du mit dem Trojaner. So, Jungs, könnt euch, ne? Ich bin schon bei Waffe 5. Ah, ich schon bei Dollar. Hey, ich hab gewonnen. Hä? Gar nicht. Ich seh gar nicht, was du gewonnen hast. Ja, aber du siehst doch nicht, es sind normale Menschen nicht. Oder irgendwie, es sind untermenschen. Gab's auf der Map degradieren? Ja. Sicher? Ja. Nee, gibt's nicht bei jedem. Dann gibt's nicht bei jedem nicht so. Das ist ja grad das Problem. Weil die ohne Dekoration machen keinen Spaß. Weil, deswegen kein Spaß, weil, dann ist der, ist einfach der, derjenige gewinnt, der, keine Ahnung was, am schnellsten war. Und bei degradieren kannst du, das ist dann immer ganz cool. Da kann jeder mal gewinnen. Hat jeder eine Chance. Ja, ja, ja. So, Viti. Und ich achte auf deine Punkte. Ja? Ach so. Äh. Ich achte auf deine Punkte, ne? Weil du ja immer sagst, du... Ja, kannst du machen. Kannst du machen. Kannst du auch gerne aufnehmen. Weil du sagst ja immer, du bist kein Jugger, ja? Sehr schön. Auf der Map, wo, damals wo ich gewonnen hab, hab ich auf der Map, hab ich auf der Map, hab ich damals denis gekauft. Jugger. Aber, das war auch nur da. Da hab ich auch gewonnen. Aber das wurde nicht veröffentlicht. Aber ich weiß nicht, warum ich da gekauft hab. Weil ihr da alle nichts zu redet hab. Also, weil die mir das immer vor, äh, vorwirft, dass ich's nicht hochgeladen hab. Es lag wirklich daran, dass meine Festplatte voll war. Ich glaub's nicht. Doch. Niko hat gestern die Erfahrung gemacht. Niko hat gestern die Erfahrung gemacht. Ne? Niko? Wir haben aufgenommen. Wir haben aufgenommen. Wir haben aufgenommen. Wir haben aufgenommen. Und wenn die Festplatte voll ist, bei DX3, womit wir aufnehmen, sieht man das nicht so gut. Weil die Aufnahme, wenn's nicht mehr aufnimmt. Weil's dann einfach nur die Farbe wechselt von orange, dann grün. Und, äh, ja. Ich liebe Gang Game, ne? Ich auch. Vor allen Dingen, wenn ich gewinne. Äh, dann würdest du's ja richtig fassen müssen. Ne, ne, warum? Eigentlich schon, ne. Ach, ihr lau, ne Scheiße. Sag's mir, Alter. Wie oft hab ich verloren? Ich weiß von zweimal. Ah, ne. Nein. Dreimal Rebonics damals auf Kumus hier. Der hat mich auch besiegt. Ja, mit drei Maler ich verlor. Wie oft hab ich verloren? So. Kommt, Sachs-Werler. Ja. Den mal dreimal mit Noclip gespielt hast. Ja, 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 ja. Noclip. 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 Hört euch das an. Mit Noclip. Wie soll das gehen? Hey, ich kann auch sagen, dass Wallhack werden zum Ding, ne? Hä? Ja, haha. Oder ist ein Fabian? Oh, noch einer. Der Pissi! Hä? Du hässliches Ding, Alter. Nee, da ist noch Fabian. Oh, hast du dich degradiert? Nee, das ist Unsichtbarkeit gewesen. Oh. Wie schön, dass ich noch so spiel von der Karte weiß. Ich auch. Nee, ich weiß aber gar nichts. Ich weiß alles. Ich weiß, dass Finn damals zu oft degradiert wurde und er keinen Bock mehr hatte. Ja, ich weiß. Ich weiß noch fast alles von der Map. Ich weiß, dass ich hier was gewonnen hätte. Du bist der Letzte, Mann. Äh, äh. Letzte war ich nicht. Danke. Nein! Ah, du hast es eingesammelt. Ich dachte, ich habe es eingesammelt. Und dann habe ich mich selbst nicht gehabt. Er hätte es mal lieber mich sammeln lassen, ne? Oha, oha. Was ist ein Killshot? Was ist ein Killshot? Killshot, Insta-Kill. Bringt nicht all zu viel. Oh, oh, oh. Ah, gib ihn, gib ihn, gib ihn. Oha, guck. Wie wie viel da denn? Oha, wer ist hier eigentlich welche Farbe da? Nur, wie ich schon mal weiß. Nico ist Nico-Live. Blau. Also, alles klar. Hast du das Gras hier, Mann? Ja, ich auch. Dann bin ich damals fast direkt. Ich will das vermeiden. Oha, wie kann ich genau jetzt ein Waffen-Update kriegen, Alter? Sind wir kloppt? Oha. Uh. Nico, du Bisse, Alter. Wollen wir ein bisschen zusammenarbeiten und zum Strom gemeinsam aufkaufen? Nein. Niko, wollen wir nicht zusammenarbeiten? Ich hab' so viel aufgekauft. Drei Türen. Du auch nicht mit mir zusammenarbeiten? Ja. Da bin ich heute auch keine Perks trinken sehen, ne? Du trinkst immer nur, Alter. Naja, klar, wär' ich auch gewinnen, ne? Denkst du, ich bin so ohne, Alter? Das kann doch immer mal passieren, dass... Das kann doch immer mal passieren, dass... Ja, ich bin so nie bis hier. Ja, ich bin so nie bis hier. Noch nie. Boah, ich bin so nie. Boah, ich bin so nie. ganz schön, der, da. Na, erste, der Stromatelsinn, na? Na ja, ich weiß noch. Lauf. 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 Da. Da. Da haben wir ihnen doch so. Hier war was hinter, naja, wenn man damit hat. Da bin ich da. Eigentlich ist die Map übelst geil, ne? Ja, die ist echt geil. Auch geile Designs, so. Ich weiß was. Ja, mir hat das gemerkt, dass da hier ein Flugzeug abgestimmt. Aber es sollten mal ruhig so 100 Zombies kommen, auf einmal. Dann alle auf dich. Was? Dann alle auf dich. Alles auf jeden Fall George L. Romero. Fünffache. Fünffache. Fünffache, ja, den hatten wir schon, ja. Ach, stopp. Ja, fech gehabt, ne? Lass mich ja hier alles alleine aufkaufen. Ah. Das wirst daran nicht so viel Schack gewollt. Oh. Und Jungs, leckt es schon oder so? Ja, schon ein bisschen, ne? Ja, klar. Ja, es hat fein von Jagd. Wie wüsst. Dann müsst ihr mir immer sofort Bescheid sagen, dass ich mal euren Ping sehe, ja? Du musst halt mal schreiben, damit ich den hier sehen kann und einwenden kann. Schau mal, Alter, wir haben einen 90er Ping, Alter. Ey, Standard bei mir, wisst ihr doch, Alter, wisst ihr doch? Hey, hey, letztes Mal hatte ich einen 20er. Ja? Standard. Bei mir ist das Standard. Nein. Das wisst ihr doch, doch, das wisst ihr. Bei Gun Game meinst du Standard? Ja, ja, mein Standard. Da hinten sind Farbige, Alter. Nico, du bist so scheiße, ne? Ey, du Arsch! Ja, warum bin ich scheiße? Nico ist richtig scheiße. Warum? Neben Nico lag etwas Farbiges. Also, er hat ihn schon getötet, ne? Er hat es einfach nicht eingesammelt. Ja, das war... Ich hol's eins, damit er ist weg, dann. Das war Invincibility. Nee, das... Ich brauche mich bei nicht. Geil! Armbrust überschwommen. Ernsthaft? Ja. Aha. Oh, ein Blauer, was ist denn ein Blauer? Ein Blauer, äh... Punkte. Nee, ein Blauer. Punkte. Ah, Punkte. Nein! Ja! Haha, ich hätte das auch gar genommen. Ja, Alter, ihr seid so eure Schweine, Alter. Oh, ich rette wieder. Oh, ich rette wieder auch noch einer. Ey, was? Er lässt mich gar nicht wieder tun. Ich hab mich selber... Ich hab mich selber degradiert. Und dann ein Waffen-Update eingesammelt, Alter. Upgrade. Ach, weg mich auch mal an. Ja, das ist schon wieder VTs runter, Alter. Ich merk das schon. Ich geb mir übelst Mühe, Alter. Alter, ich bin richtig schnell am Machen, ja. Da ich gehe richtig all-in, Alter. Richtig krass alles. Und der Junge wird doch noch gewinnen, Alter. Ich gewinn einfach immer. Scheiß! Gab es was? Was ist denn da nicht der Weitlandzeit? Habt ihr jetzt gar nichts gesagt? Nee, haben wir nicht. Ich hab dir letztens 2000... Wie viel Microsoft hat? 2500? Ja. Ja. Aber du verloren hast. Jetzt musst du mal was raushauen hier. Das ist dein Einsatz. Ja, ich hab mir schon gesagt. Xbox One. Aber... Du, ich kriege Xbox One von dir, Eisler, Eisler. Ja, aber... Was kriege ich? Ich kriege gar nichts. Äh... 2100, meinst du sagst, weil das ist der Standardweiter. Dann kriegst du... Kriegst du... Xbox One Controller Hülle. Also Karton da. Ja, du kriegst Karton. Ja, Jungs, wisst ihr noch, wo Jagger war, Mann? Ja, ich weiß es. Ja, ich weiß es. Ich hab' ich schon wiederholen, ne? Ja, klar hab' ich mir Jagger holen. Wer holt sich den Klentjager, hör? Ja, ich? Ja, du bist ja auch dumm. Nein, ich hab' so oft schon jetzt gewonnen. Und... So oft? So oft? Ja. So oft, sagt er. Ja, voll oft schon. Wie oft denn? Ja, schon sexy mal locker. Ich hab' mich wahrscheinlich noch nie ganz gegen gespielt. Ah, ich hab' schon öffner gezeigt. Ja, ich... Ja, toll, wie ich mich drauf verlassen kann, dass die Zombies... Ja. 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 war er nicht. So behindert, alter. Weißt du, hab extra ne gepunchte Armbrust. Zombies rennen auch hin und ein paar Meilen einfach nicht hinrennen zu müssen, alter. So ne Opferarmbrust, alter. Feiert weht die Übels grad, ne? Ja, ne. Welche Waffen bist du denn, hä? Arsch. Weiß ich ja noch nicht, ne? Mir ist wieder allgefallen, wo Jagger war. Meine Güte, alter. Ah, diese Armbrust, ne? Diese Armbrust, alter. Verlasst euch nicht drauf, ne? Verlasst euch nicht drauf, ne? Verlasst euch nicht drauf, ne? Verlasst euch nicht drauf, wenn ihr eine gepunchte Armbrust habt. Hast du? Äh, braucht man nicht drauf verlassen. Hab ich schon seit 10 Minuten nicht mehr. Hab ich ja verschwungen in die Armbrust. Ah, hier war Speedcooler, ne? Super. Ich kann mich nicht leisten. Alex! Ich kann auch nicht schlafen, den Leuten hier. Ja, so leise, komm, kein Piss, hatte ich gehört. Ja, dich hört man auch nicht. Ach, doch. Nee. Echt nicht. Doch, ich hör ihn. Ja, ich hör ihn auch. Sonst würde ich nicht mit ihm reden, oder? Der war scheiße. Richtig scheiße. Richtig scheiße, Alter. Wahnsinn, da drüben ist ein Schiff, alter. Gehen wir da mal hin. Japaner bangen. Hä? Das ist voll unfair, schau. Ey, das größte hab ich auch. Das ist richtig unfair, Mann. Kevin ist schon wieder der Weißer, ne? Komm schon wieder die meisten Zombies da. Ich steh hier, ne? Komm, ist Kevin, bist du weg. Spawnt hier kein Schwein. Hä? Kevin, du bist du. Richtiger Cheater, Mann. Ja, okay. Schönen Befehl eingegeben, das ist nur bei mir spawnen. Hat doch jeder gesehen hier in der Aufnahme. Ja, ne, Alter. Ist klar. Bam, hast du davon. Aber es trifft immer die Falschen, Alter. Ne, die richtigen. Das sind schon die richtigen. Ja, das sind eh so die richtigen. Dafür hab ich jetzt Quickfood, Alter, ja? Ja, ich seh keinen einzigen Zombies-Left, Mann. Mich verarschen. Ja, geil, Alter. Geh weg von mir. Geh weg von mir. La, 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 le. Ey. Hinten. wie es aussieht, wenn er damit rumschießt liegt ne Waffe rum, die einfach alter Fick dich! Pech gehabt, was klärst du hier nicht ab, wenn du ihn siehst Hä, weil ich den Schrot finden darf, Digga Man gönnt sich hier gar nix, Alter Mach mal lieber Viti tot Renn hin, Alter, mit allen Zombies Ja, aber mit dem ganzen zwei Zombies, die ich grad hatte, gell Selbst Niko ist weiter als ich, ich schäme mich, wenn Niko gewinnt Hä, was krieg ich eigentlich nicht gewinnen? Hä, du? Du kriegst eine Reise nach Karibik Nach Karibik? In die Karibik, Alter Fick dich! Ich hol dich dann ab, heute noch Fahr mit dir zum Flughafen Ich fahr dann noch heute mit dir zum Flughafen Kannst du dich auch hier lassen können, Niko Lass dich dann da hinfliegen, Alter Okay Solange du willst Ich geb ja meine, meine Geldkarten mit Hä, was, was mich mit ganzen 500 Euro als 4, oder? Und was ist, wenn er da hinziehen will? Hä, kann er machen Okay Niko muss halt gewinnen, ne? Ja, also Mein Video ist mein Zeug, Alter Wirt wahrscheinlich dann eh nicht hochgeladen, Alter Wirt wahrscheinlich dann eh nicht hochgeladen, Alter Wirt wahrscheinlich gar nicht reden hier, Alter Wirti, also wenn ich mir nix nicht mal, ne? Wirti, ist ja egal Kannst eh so viele Leute mit mir, wie du willst Aber kriegst du eh nicht, weil Wirti wird eh nicht veröffentlicht Wirti, meine Festplatte war voll, jetzt hab ich 2 Terabyte, jetzt kann das nicht mehr passieren Ja, ja, kann nicht mehr, aber wahrscheinlich wird's passieren Aber Niko, ich arbeite schon zusammen mit dir Der hat gerade den Arsch leer Lass mir den! Lass mir den! Hä, ich dachte wir wollen zusammenarbeiten, damit ich die Karisenseite gewinne Ja, und? Zeit auf den 100 Microsoft Points sind mehr Wieso? Ja, jetzt weißt du nicht mehr zu sagen wo ist, ne? Doch, ich weiß auch, dass Kevin ne Schrot hinter hat Was ist Kevin? Kevin ist ziemlich weit hinten Ja, bin ich auch Waffenupgrade Schön, freu dich, steck's dir in deinen Arsch Boah, wie viel Farbiger Boah, wieder bei der Armbrust, Alter Waffenupgrade, noch einer Ja, guck mal wie er an hat Ja, er hat an Ich werd sterben Ja, er hat das alles nicht bekommen, er labert Sonst hat er an Ja Sagt der Typ, der kurz nacheinander 3 Garnetwenswens bekommen hat, ne? Hä, bei mir war das Glück Und Glück, ne? Bei Wien war's automatisch an Na, bei Wien ist es an Ja Ja, ich weiß ja, dann wird irgendein Spiel so abgeknallt, wie Weißt schon Gibt's ja Verklage, ich konnte es dir da Und mir dann Erstattung geben Franzigoro Ey, Nico Geh mal zu ihm, Alter Ohhhh Es trifft die Richtigen Endlich mal, leider Das werden heute gar nicht mehr die Richtigen getroffen, leider Ja Nico, geh mal zu ihm, Alter Nein, ich hab was zu tun, Nico Dann sind hier ganz viele Zombies da Weil bei ihm Schau mal, bei mir ist niemand da Ja, seid ihr jetzt ein Team, oder was?